Die zwei Typen der Meditationen sind exclusiv und inklusiv. Es begann als exclusiv, aber es wurde sehr inklusiv und inspirierend. Sie agree mit dir? Also, yes, yes. Und er sagt eben auch, hier sind auch das, was wir gestern gelernt haben. Du hast begonnen mit einer exklusiven Meditation und es wurde sehr rasch eine inklusive und eine einsichtengebende Meditation. Stimmt dir damit überein, oder? Ja.